Konnte für Leon Kittel kävent vor ich gazet eine aber spürst erst mal wir haben post der romeos der knarer kaputt aus abgauen und nicht wiederkommen er hat nicht mal sein gott dabei ich mache mir sorgen darf ich ihn suchen warum ist verschwindet verstanden wir suchen hier jedenfalls nach ihm ich weiß wie du die führst aber ein roter nimbus nähert sich warte auf weiterbefehle unterstützt es nicht um das verschwinden das ist alles mal schuld die sache mit dem kampf sollte ihn nur an aber vor ich mich versah war es schon gesehen es tut mir leid hat sie nun schnell finden romeo vermisst julius an allen mitgliedern wir kontraktieren die saliten was und an der einrichtung fragen nach hinweise der roter regen ist bedenklich aber sucht nicht auf eine faust das alles romeo vermisst gilt eine person die romeo ähneln soll wurde bei einer saliten basse sind kapitän wie geht weiterhin sobald der rote regen nachgelassen hat alle romeo vermisst studios können bestätigen dass romeo gesehen wurde sehr verstanden bitte folgt dem befinden des vizekapitän bei der suche nach romeo hoffentlich ist er noch in der saliten basse in der letzten liefung haben wir eine menge sobald total lecker habe gleich auf ja ist mir egal los romeo um ja kurz vor und er sagt dass ein amerikaner von den mitglied vom platte euch sofort mit romeo umfall die die ankommen in den ein gebiet das sieht so aus dann wollen wir mal ich bin die 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 Was ist das tun? I thought I said you have to go. Now you are out for GG. Mh. Alter. Neue Art von diesen... Dein Dinger. Okay, weiter geht's. Also das sind neue dieser kleinen roten Viecher. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es da... Na gut. Dann gibt's ja die weißen, die grauen, die schwarzen. Hey. Punkt. Let's see. Blood alpha. Verse status is soon to expire. Yeah, yeah, yeah. Uh... Hey, Wölfchen, hast du wieder Fleck von Lipptatt? Nee, ich muss auch ohne Platz machen. Hey, Wölfchen. Da Jebeney, 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 jebeney Das war noch nicht schön abkühlen, wenn ich Ola Das war noch nicht schön abkühlen Okay Aber ich muss nicht schön reißen Wetter, Wetter Wetter Da passt doch mal ein paar Ice Ball hier Alter Gucken, mir steht jetzt hier nicht ein, ich hab dir keinen Bock auf, äh, unbedingt. So, alter, ja, fünf Minuten, ich weiß. Wollen wir wohl jetzt beim Vorwärts filmen. Können wir die schäbigen Eier mal hier wegmachen, die nerven. Blatt Alpha, Burst Status ist soon to expire. Okay. Das weh! Du hast ein Nice Ball am Hintern! Ich habe den Tempel. Okay, ich habe den Tempel. und ich krieg dann gleich den meisten Schaden ab ist ja klar ja Oh ja. We can confirm, enemy bond is now broken. Your current strategy is affected, that's the way. Kann man die Stimme abfairn? Enemy on the ground, don't hit. Oh, this guy. It's a bad guy. In this case, I can see a better damage. I'll kill him. It's very bad. Yeah, there he is. Hier, das macht es nicht. Yo. Ja. Bleib mir fern, bleib mir fern, bleib mir fern. Böses Wölfchen, böses Wölfchen. Ich habe eine Eispistole, die tut die Aua. Äh. Eins. Drei. Die Eier stören mich hier. Weg mit dir. Danke. Oh, warte, ich kann ihn nicht aufladen. Äh, das war nicht so barpflichtig, aber... Ja. 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 Das hättest du lieber nicht machen sollen. Alter. Kann mir jemand mal helfen, der wird hier aufziehen. Ah. Ich fange mir wie ihn Knall in den. Oh, ich kriege ihn mal mehr lostern, ich würde noch mal gucken, ja. Ah, gut, Zaitanya. Wisst ihr, dass ihr nervig seid? Noch mal so, weil es Spaß gemacht hat. Alle kloppen auf das Ei drauf. Es ist schon tot. Mir egal. Da geht es. Okay. Nehme ich die Bruchbelohnung. Hm, keine Ahnung, das hat doch lange gedauert. Ihr seid? Ihr seid? Ich... Also, ich ging vor und versuchte deine Request für Leave. Ich werde dich auf den Haken dieses Mal. Aber nicht es wieder passieren. Hey, Kind. Nicht zu schabber heute. Keep up die gute Arbeit, huh? Gil hat sich selbst überrascht über dich, Romeo. Er scheint zu schabber, aber er ist wirklich ein großartiger. Komm, wir gehen zurück. Es ist zu schabber und schabber, ohne Romeo zu sein, um den Ort zu schabberen. Okay. Okay. Wir gehen nach Hause. Oh, ja! By the way. Du solltest nicht vergessen, dass du mir gemacht hast. Ich habe eine Brühe. Ich habe eine Brühe. Wir haben eine Brühe. Du wohnst mir acht Pfeifen von deliciousem Kuchen. Was? Echt Pfeifen? Ich habe eine Brühe. Ich habe eine Brühe. So, du wisst. Ja, du wisst. Hey, wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, ja? Du kennst es. Okay, okay. Wie wir einfach auf 7 Pfeifen? Du bist grödy, Nana. Hey! Das ist super uncool. Sorry. Blutkraft erwacht. Ich habe eine Menge eingehalten. Das war wirklich gut, dass ich darauf gedacht habe. Diesmal bin ich wirklich aufgrund. So, will jemand was von mir wissen? Jesus ist von 4 Erzeugen. Er will mit dir sprechen. Äh. Ich habe nichts angestellt. Hi. Es tut mir leid, dass ich so lange fordere. Romeo hat mir selbst alles selbst, was passiert ist. Gute Arbeit. Und vielen Dank. Zudem ist Dr. Rachel nach vorne ausgekommen. Sie plant Dr. Sarki bei seiner solche Forschung guter die Arbeit zu greifen. Sie müssen inzwischen halt beide bereits in der Einrichtung inspizieren. Warum siehst du dir die nicht mal wie läuft und sagst Hallo? Oh, okay. Und ich habe Post. Wahr? Ich habe Post. Äh, ein Glück. Es ist lustig und mit Romeo und der Nähe. Die Stimmung in der Basis ist nicht so ernst. Ich bin nur froh, dass es ihm gut geht. Gott gehört. Ich stehe sie nicht zusammen. Nicht klar? Jawohl, na na. Gott gehört zusammen. Oh, darf ich? Ich wollte da rein schmuhnen. Ich höre dich zu sehen. Du kommst gerade richtig. Ich wollte gerade mit Dr. Sarki sprechen. Würdest du dir etwas ausmachen und mich zum Büro zum Direktor begleiten? Den Lamm bitte. Vielen Dank. Na, was ist das? Danke. 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 Ja. 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 Und da darf ich alleine machen? Genau. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. nicht alleine noch zurückkommen ich alleine wollen mich loswerden ich soll das alleine machen das werden wir dann wohl nächste Folge sehen ich sag wie immer bis zum nächsten Mal kurz und schmerzlos Leute links auf der Säule die letzte Folge des Projekts rechts auf der Säule ein anderes Projekt schaut da mal rein und was Eric in den Schnabel hat ist mein Kanal lasst mir was da und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal den ich euch ganz herzlich will schaut da mal rein in dem Sinne zockgut ciao bis zum nächsten Mal